So, hier war ja, glaube ich, gar nichts mehr. Das haben wir ja soweit erledigt. Aber ich zeige dir da komplett ausgelassen? Egal. Auf jeden Fall haben wir Lenky dann auch fertig. Yeah. Ja, wir kommen wirklich gerade sehr gut voran. So, wenn das jetzt immer noch nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Oh, guck mal, der pennt. Wisst ihr, der war nämlich nicht da in der Nacht. Das machen wir mal wach. Hi Lenky. Ich hatte so ein flieger Affe. Das kannst du mir bei einem Hürdenlauf auf dieser Strecke beweisen. Wer als erster zurück ist, gewinnt etwas. Ich hatte so vieleостen, ich hab nach dem Feld auf der bringe ich ihn. Ich hab dich das gesehen. Unserer habe ich mit dem Feld-Berner auf den Feld-Berner United kommen. Ich habe Ski-Berner-On. Ich habe Bermitt. Ich habe Ski-Berner-On. Aber das ist jetzt aber ein bisschen gemein. Da ist auch noch ein Tauschfass für Tiny. Das ist bestimmt so ein kleines Lochkleineingang, was wir jetzt endlich mal gefunden haben. Wir waren mal kurz da vorne. Oh Mann, das ist ja selbst meine Oma schneller. Scheiße. Okay, das kriegen wir nochmal hin. Okay, ich glaube ich habe Tiny komplett gefunden. Ich habe so ein komisches Gefühl im Bauch. Okay. Das war's für heute. Ah, bis jetzt führen wir. Und zwar jetzt muss ich mal gerade sagen, irgendwie doch dann schon jetzt sehr deutlich. Okay, gut, 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 gut. Also das sieht jetzt gut aus. Okay. Das haben wir jetzt deutlich schön gewonnen. Ach, ich war ein tapsigen Affen, mal ganz ehrlich. Ich habe es gar nicht richtig versucht, also bekommst du die Trophäe noch nicht. Momentan bin ich völlig aus der Puste. Nimm erst mal diesen Trostpreis und wir sehen uns später. Willst du mich jetzt verarschen? Wie, nochmal? Ne, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um Tiny. Aber das interessiert mich jetzt gerade mehr, weil ich ja da wirklich komplett überfragt war und ich jetzt einiges gefunden habe. Was sie mich da schon anspricht? Wir haben ja gerade drei Münzen. Ich habe auf jeden Fall in dem Geisterhaus noch drei Münzen in der Nachricht, wo war Donkey Kong da rumgelaufen ist. So, es fehlen noch 15 Münzen. Ich frage jetzt, seht ihr ein Loch? Ich mache jetzt erstmal so. Ist, glaube ich, erstmal sicherer. Vielleicht kommt ja dann das Loch. Und dann fehlt mir immer noch eine Banane. Ich dachte, hier gibt es zwei. Ah, was glaubst du, was ich bin? Vielleicht ein Atmer? Du bist mir viel zu schwer, Tiny. Und da lagen nochmal fünf Bananen. Das heißt, es kann sein, dass entweder irgendwo noch ein Ballon ich übersehen habe. Und jetzt wissen wir, wofür das Fass auch ist. So, komm, Squawks. Jetzt aber. Ah, halt dich fest. Los geht's, Squawks. Boah. Ne, sag mir nicht, ich passe da nicht rein. Oh, was ein Scheiß. Aber egal, ich wollte auf Nummer sicher geht, die fünf Bananen haben. Mach es halt nochmal. So, zehn Bananen noch. Das sind die letzten zehn Bananen. Dann haben wir die alle. So, jetzt nochmal. Toll. Aber was ich bei Lenkin und Trostweiß gekriegt habe, ist echt scheiße. Halt dich immer noch fest. Ich will da rein. So, was ist denn hier? Also habt ihr jetzt irgendwie Bananen gesehen? Ich nicht. Nee, also ich nicht. Ich guck ja grad schon. Ich guck ja grad schon. Was ist das? So, die nächste. Was war das? Okay. Ähm, ja. Bin ziemlich überfragt. Ich ehrlich bin. So, der ist weg. Dann müsst ihr auf jeden Fall mal wieder mit Lenki ran. Eine Banane könnten wir jetzt jetzt holen. Für Tiny fehlt uns noch eine. Und zehn normale Bananen. Und zehn normale Bananen. Ich tippe mal. Das ist ein Ballon, den ich irgendwo nicht gesehen habe. Das ist ein Ballon, den ich hier nicht gesehen habe. Na, du stehst doch wieder. Komm mal ab. Da pehst doch wieder. Aufstehen, Junge. Ich bin bereit, Lenki. Wir siegen mich jetzt zwei Runden und ich gebe dir meine Trophäe. Ui. Meint ihr da gerade ernst? Ich will mal was nachgucken. Soll er mal? Also, das müssen wir auf jeden Fall nochmal probieren. Ja, warum komme ich da nicht rein? Ähm. Wart du schon fällig? Oh Mann. Da ist ja meine Oma noch schneller. Ja. Aber ich ralze gerade nicht. Guck dir jetzt mal, wie schnell er ist. Das ist mir überhaupt nicht unfair. Hallo? Warum ist denn der schon da? Ähm. Fertig. Äh, ja. Das hat doch irgendwas mit dem Fass da auf sich. Aber ich komme da nicht rein. Ich dachte, ich könnte aufhalten. Ich verstehe es gerade echt nicht. Der ist schon wieder fertig. Der ist schon wieder fertig. Und jetzt versuche ich da mal reinzukommen. Oder muss ich erst so machen? Ne, der läuft ja. Äh. Ist doch grad eh wie scheiße. Bist du cranky oder so? Ja, ja, komm. Äh. Nein. Ja, also wir brauchen noch drei goldene Bananen. Und ich hab von allen dreien keine Ahnung. Also zwei hab ich ja. Eine weiß ich hundertprozentig. Gibt's hier mit Lenky. Junkie hab ich Vermutung. Tiny hab ich gar keine Ahnung. Bin ich ehrlich? Also da bin ich komplett... ...überfragt. Macht mir auch ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Wo ist jetzt eigentlich nochmal der Vogel? Jetzt find ich ihn wieder nicht mehr, wa? Doch. Hab ich irgendwie was übersehen? Nein. Mehr gibt's hier nicht. Oh, toll. Ja, dann hab ich momentan wirklich keine Ahnung. Warum ich denn als Fass nicht reinkomme? Naja. Äh, dann werden wir hier einen Cut machen. Äh, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Donkey Kong 64. Und dann hoffen wir mal, dass wir diese Welt in der nächsten Aufnahmesession dann endgültig abschließen. Also bis dahin, alles Gute. Ciao. Tschüss!